I wanna take you to a place not very far from here irgendwie bin ich halt auch hässlich und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Trilesfusion Trilesfusion mit dem Felix gibt es eigentlich auch Fieldsfusion heute mal oh Gott heute mal mit einem einfacheren Set ja nachdem wir beim letzten mal an unsere Grenzen gestoßen sind ja dann machen wir es dann nochmal nachdem wir jetzt mal an die Grenzen gestoßen sind haben wir uns folgendes überlegt boah das war knapp jetzt hier ähm fuck hab reingeschissen wir spielen jetzt quasi alles bis extrem also wir spielen mittel und schwer halt ähm und extreme Map jede dritte Folge wird quasi mindestens eine extreme Map mal gucken wie schnell wir an einer vorbeikommen dafür seht ihr dann allerdings auch alles und nicht nur die Momente wo wir durchkommen ob ihr wollt oder nicht und nicht meine ich natürlich lol wie man da weg macht ey ich hab die mit null gemacht oder? ja ich auch ah du bist ja ganz schien geflogen vorhin ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall genau ja wie gesagt so wird es sein mit der extremen wir werden vielleicht die ein oder andere extreme mal zwischendurch reinbringen wenn wir aus erfahrungen wissen dass die alles klar ey ich hab's nur bis zum Checkpoint geschafft das ist aber ziemlich nice also da kann man auf jeden Fall schon mal klatschen oder? aber bitte kein Beifall das kann man safe nicht in einem machen das safe in einem oh shit ich muss erstmal mein Leben in den Griff bekommen moin ich hab genau dasselbe gemacht dadurch dass wir schlechte Reims haben können wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr reden somitens ich Joshua ist ja trotzdem hart am struggle wie ich bisher so merk ich ich geb mir Mühe euch ein bisschen zu unterhalten zwischendurch nee das ist eigentlich also Alter was ist denn jetzt los ey das ist einer verlinkt in der Videobeschreibung und zwar mein eigener könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken wenn wir ein meet and creed machen Alter das ist doch jetzt kriegst du auch noch die scheiß 20 Bomben ey ja natürlich krieg ich die 20 Bomben weißt du warum ich einfach der beste Scheißspieler bin deine Mutter ist cool du ist scheiße ist scheiße alles klar ich bin kurz vorm Team abgesprungen ja das schaffst du noch Digga ja ich weiß nicht weil das dauert echt lange hier ich schaff's nicht mehr Felix erst mal Sprung ins CD angemacht ne ich schaff das nicht mehr ja ich weiß noch gar nicht mal wo man das einstellen muss qued wär mein Gott zum Glück sind die 140 Grad heute nicht warm ne nee Jetzt kommt ne harte Map, Tired of Tyres. Wer ist eigentlich Tyres? Ja, das war mir so klar, das hab ich schon gesehen, dass ich da rein geschissen hab. Alter. Das hab ich nicht gesehen. Aber das ist kein Problem für mich, also, so ne easy Map. Alter. Mittlerweile bin ich auch bei den Extremen nicht mehr so am strugglen. Oh, das war gut. Boah, Jungs! Boah, dafür kann man echt mal nen Like dalassen, Alter. 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 Ja, ich bin hier runter gesprungen, bin unten aufgekommen, hab nen Salto genau so, nur dass ich mich gehalten hab. Und dafür kann man echt mal nen Like dalassen, ganz ehrlich. Also, so. Aua. Daumen nach oben, ne? Ja, Joshua hat auf jeden Fall auch noch was zu verkündigen, genau, verkünden Joshua, gell? Was wolltest du denn sagen? Was wolltest du sagen? Dass du scheiße bist? Weiß nicht jeder. Was meinst du denn? Wie hörst du mal, dass du dir bald ne Grafikkarte kaufst und dann die Sachen aus zwei Sichtung Achso, ja gut, dann hab ich grad auch gedacht, aber. Dann hab ich auch gedacht, aber dass du scheiße bist, war mir grad wichtiger. So hat sich's angehört. Ja, weißt du, du bitte, wenn du so sagst. Au. Jo, Achtung, da ist ne Bombe, ne? Hä, da bin ich beim ersten Mal schon reingefahren. Ach, das hast du nicht kommen sehen? Ja. Alter, das verkack ich hier jedes Mal. Oh, das war dieses Mal nicht gut. War nicht gut. Klausen. Lalalala. Warum geht denn der Reifen vor mir weg? Alter, der Reifen macht das gleiche wie die Frauen. Sobald ich mich näher mache, dann abgehören. Och, ach Gott, jetzt in einem. Bitte verkackst, bitte verkackst, bitte verkackst. Yes. Immerhin mindestens 19 Punkte. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Scheiße. Was aber gleichzeitig bedeutet, wenn Joshua ne Grafikkarte hat, bekommt mein Bruder den PC, den der Joshua momentan hat und wir können endlich TTT aufnehmen, weil wir dann genug Leute dafür sind. Und auch andere Reifen. Aber ich will Ringelpeats mit anfassen. Machen wir doch so schon jeden Kreide. Ja, aber das nehmen wir ja nicht an. Also, das laden wir ja nicht auf YouTube holen. Ja, ich würde sagen, das laden wir ja nicht auf YouTube holen. Ach ja. Ja. Warum macht Joshua... Alter, direkt mal, direkt mal verschenkt. Ja. Ist ja noch, als ich sagte, ich hab's jetzt voll drauf in Trials. Ist ja logen. Ach nee, ich war so dumm. Alter, ich hasse es, wenn es vor der Rad rumspackt. Ich wusste nicht, dass man ein Salto macht. Du machst ein Looping und kein Salto. Deine Mutter macht ein Looping und kein Salto. So. Oh Gott. Alter, yo. Sag das doch mal. Boah, ich muss mich grad voll am Konzentraten, sorry. Aber... Ich muss mich grad voll am Konzentraten. Dann merkt man schon, wie konzentriert du bist. Alles klar. Da ist die Map auch schon wieder RIP. Warum nicht gleich so? Was ist denn da jetzt los? Ach du Scheiße. Hättest du es mal früher gewusst? Ja, hättest du es mal früher gewusst. Alter, es ist doch so ein Abfang. Oh, das sieht nach einer 20 Bomb aus. Zack, bumm, 20 Bomb. Yep, sorry, dass ich da ein bisschen wenig geredet habe. Aber da muss ich mich einfach darauf konzentrieren, dass Joshua stinkt. Sehr gut, Josh. Ja. Ja, und... Wie er hinten runterfällt. Das ist jetzt... So schaffst du es. Ja, ich weiß, aber ich hab da nicht gewusst, dass... Ich hab da nicht gewusst, dass du da hinten noch einen Scheißsprung machen musst. Josh. Practice is the Schlüssel steht da. Was steht da? Das Practice der Schlüssel ist. Ja, deine Mutter. Da steht Schmübung macht den Schmeiß da. So, Moment, das Ganze halt nochmal. Jetzt kann ich auch ein bisschen reden. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Oh Gott. Warte. Ciao, Josh. Tschüss. Ist der Looping? Warte. Da hatte ich kurz nen Leck. Ja, ja. Sieht man bestimmt auch auf der Aufnahme, ne? Ja. Da brauche ich nen kleinen Leck ein. Muss ja einfach nur ein paar Frames rauscutten. Aber auf jeden Fall denke ich hier, ne? Also da kann man auf jeden Fall mal wieder... Nein. Das ist nicht wahr. Wie kann ich das verkacken? Das ist so easy. Och, nee. Nee. Aber Trails ist auf jeden Fall ein Spiel. Das macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Deswegen sag ich auf jeden Fall auch so oft. Auf jeden Fall, ja. Ja, da kann man auch nur so. Hier. Alter, ich mach so dumme Fehler, ne? Ja, das ist, weil du ein dummer Mensch bist. Dumme Menschen machen dumme Fehler. Was los? Ich hab gesagt, du machst dumme Fehler, weil du ein dummer Mensch bist, weil... Oh, dafür kann man wieder ein Like da lassen. Hast du es grad so geschafft, oder was? Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht. Ah lol, das ist ja so ein Ding. Ich hab ein Saldo gemacht, auswesend beim Aufkommen. Okay, das hab ich noch nicht gewusst. Nee. Warum denn mal der Slow machen? Nee. Oh Gott, Felix. Was ist denn los jetzt? Was ist denn los jetzt? Ist das jetzt das Ziel, oder was? Nein, du musst nochmal eins zurücksetzen. Ja. Ja. Gott dammit, hab ich's verschenkt, weil ich geredet hab. In Zukunft wird das ein Stummfilm, wenn wir das Travis spielen. Bla bla bla. Ja, bla bla bla. Thanks for the playing. Trotzdem hast du keine 21. Back this is the key. Das hab ich vorhin gar nicht gesehen. Ja, weil du auch nicht gewonnen hast. Hast du was anders grad gesehen? Und jetzt kommt noch eins harte Map. Kontrolf Hashtag 15. Okay, was ist denn das jetzt für ein Bullshit? Okay. Das ist doch schon wieder Abfuck. Da musst du ein Wheelie machen, ne? Ja, bei roten Flächen muss man Wheelie machen. Ja, ich spiel das nicht so oft wie du, weißt du? Ich auch nicht, du hast mehr Spielstufen als ich. Ja, weil ich's AK, weil ich's AK. Ach nee! Meine Güte, jetzt zieh die Stelle nochmal hoch, du Affengeburt. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist aber wieder so dumm einfach nur. Wichtig ist eigentlich, dass man nicht bremst. Was macht Felix? Bremsen, 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 bremsen. WIEDER GEBREMST! Hahahaha! Nein! Neee! Alter, warum brauchen wir denn so viele Versuche für so einen Scheiß? Ich meine, es ist jetzt nicht leicht, aber es ist auch nicht schwer. Ich treffe diesen Bremspunkt hier vorne nicht mehr. Nee, 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 nee. Einfach nur nee. Warum hüpft er denn da die Huche? Yes, es hat gezählt, nice. Er ist gehüpft. Ich habe nie gemacht. Alter, ich kriege es nicht. Der kann mal genüsslich ein bisschen Eis zu essen. Warum hüpft er denn, wenn ich dann an den Hinten ziehe? So, noch ein Versuch. Ja, Schuhe zeigen, die fahren wir auch nochmal, oder? Oh, Alter, ey. Wir müssen die Folge auf 15 Minuten strecken, ja? Was? Wir müssen die Folge auf 15 Minuten strecken, also komm. Geil, diese lange Strecke nochmal. Alter, es ist unfucking fassbar. Okay, das ist mal mit klar, dass es nichts wird. Ey, was ist denn das? Weißt du, würde ich da mal wieder hochkommen, würdest du es easy machen? Ich war noch nicht auf dem Boden, du Fotze. Du Bastard. Du Wichse. Alter, es ist einfach nur... So, einfach jetzt hier so. Ich, das war nur noch halbes Gas, du Schwanz, Alter. Das kann doch nicht sein. Das Problem ist, warum wir nicht so viel reden, ist, also, zum einen müssen wir konzentraten, zum anderen ist es auch echt hot heute. Ja, einfach zu warm. Warum? Du dumme Nuss. Ey, weißt du, was Schlimmste ist? Ja, mit dir aufnehmen zu müssen. Warum hüpft der da, Alter? Warum hüpft der da? Hat er noch nie gemacht. Ich hab immer so ein Mini... Yes! ...da schon wieder. Yes! Ich wusste, dass es klappt, als ich da einmal gehüpft bin. Halt deinen Maul mit deinem Scheißhuhn hüpfen, ey. Alter, das... Der hüpft bei mir immer. Da zeigt sich halt wieder, wer die Ninja-Skills bei uns hatten im Team, ne? Sehr gut, Josch. Sehr gut, weiter so. Ja, genau. Komm in der Ecke. Ich hab auch einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Der hüpft die ganze Zeit. Ich zieh leicht nach hinten und er hüpft. Ich zieh leicht nach hinten und er hüpft einfach. Ne, Josch? Ja. Auf jeden Fall war das die nächste Runde. Charles war ja ganz die erste. Ich wusste, dass ich eigens sagen wollte. Diese Scheiß-Turne, ey. Da können wir nochmal gucken, wer hat gewonnen. Oh. Okay, Josch? Ich habe jetzt Grage quittet. Auf jeden Fall. Hau drei, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann fickt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. you you ain't no say less yeah say less